Guten Tag und herzlich Willkommen, in diesem Video geht es um die Korrosion. Der Film gehört zur Reihe Elektrochemie. An Vorkenntnissen solltest du wissen, was Redoxreaktionen sind und dich mit Elektrolyse auskennen. Mein Ziel ist es, dir eine Einführung in die Ursachen des Wesen und die Vermeidung der Korrosion zu geben. Das Video besteht aus 5 Abschnitten, 1. Korrosion überall, 2. Korrosionsvorgang, 3. Entfernung von Rost, 4. Korrosionsschutz und 5. Zusammenfassung 1. Korrosion überall Korrodere ist ein lateinisches Wort. Es bedeutet zu Deutsch Zerfressen oder Zernagen. Rost ist das Ergebnis der Korrosion von Eisen. Ihr seht es und ihr wisst es. Der Rost ist allgegenwärtig. Rost sieht nicht nur unschön aus, er kann auch zu üblen Folgen führen, wenn z.B. Löcher in einen Tanker hineingefressen werden und das Öl ausläuft. Oder es kann zu schlimmen Unfällen kommen, wie z.B. bei diesem Eisenbahnunglück, wenn es zu Ermüdungserscheinungen, Korrosionserscheinungen von Material kommt. 25 Mrd. Euro Verlust vom Bruttosozialprodukt hatte die deutsche Wirtschaft allein durch Korrosion und das in einem einzigen Jahr. Diese Angabe bezieht sich auf etwa das Jahr 2005. Ein Drittel der Eisenherstellung wird nur dafür verwendet, um die Korrosionsverluste zu kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Probiere es am besten. 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 Probiere es am besten.